Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. So, da ist doch schon das Nächste. Ich höre, ihr seid der Beste. Ich bin der Beste. Oh ja. Nur Geduld. Keiner hat gegen mich eine Chance. Nicht mal. Ich mein, Belial hat eine Chance. Mal schauen, ob wir auch Asmodan besiegen können. Mal schauen, ob es überhaupt zum Kampf gegen Asmodan geht, äh, ja, kommen wird. Ich seh da schon das Nächste. Ja, okay. Zwei von fünf bisher schon. Die werden die Bastionen nicht kampflos hergeben. Tschüss. Kommt gut nach Hause, Minion. So, dann das nächste Lauffeuer. Lass mich hier. Es ist eine Ehre, an eurer Seite kämpfen zu dürfen. Auch schön, wie er einfach mal alles, äh, weg... Tschüss. Äh, wegbricht. Das ist also echt schön lebensecht gemacht hier alles. Also da haben Blizzard... Da hat Blizzard sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Wirkt echt lebendig alles. Und richtig cool. Schön. So, was mit euch? Weg mit euch! Kniet nieder vor Zack herum. Genau. Ich werde euch alle vernichten. Noch nicht. Doch, jetzt. Eure Tapferkeit hat mich beflügelt. Ja, das, äh, freut mich. Ach, da sind wir weitere. Aha. Ah, da sehe ich das nächste Lauffeuer. Schnell hin. Ich muss das vierte entzünden. Unser Champion ist zu mächtig. Die Sebastarde hatten keine Chance. Deswegen bin ich ja da. Ein Leuchtfeuer noch. Da haben wir es hinter uns. Haben wir es geschafft. Wird das der Sieg bedeuten? Schön, wie sie einfach mal hier alle hier von Wettbruch kommen. Einfach nur cool gemacht. Kämpft mit allem, was ihr habt! Genau. Das ist echt geil. Man merkt die, die in den Krieg und die... Ja, hoffen wir mal. Das merkt man echt den Krieg und wie cool das hier gemacht wurde. Einfach schön. Die kolossalen Golgor sind nichts weiter als ein kolossales Märchen. In der Mythologie sind sie die Söhne eines berüchtigten Dämonen, der im Zorn die halben Höllen in Schutt und Asche legte, nachdem die großen Übel während des dunklen Exils besiegt worden waren. Wenn ich eine Goldmü... Ihr seid ein willkommener Anblick, Held. Warum werden die Gespräche immer unterbrochen? Was soll das? Nur Geduld. So, und damit haben wir alle Leuchtfeuer entzündet. Findet Feldwirbel Darlene auf dem... Auf dem Werf... Was wär wählen der Himmelskrone? Du bist also das Insekt, das mir so viel Ärger gemacht hat. Schlag ruhig um dich. Du wirst mich nicht vom Seelenstein fernhalten. Was bei den Höllen war das? Eine leere Drohung. Wir haben die Feuer gesehen, die von euch angezündet wurden. Nun hat die Furcht uns nicht mehr in ihrem Bann. Die Katapulte können zwar die feindlichen Linien durchbrechen, aber wir können sie nicht aus ihren Schächten hochziehen, solange noch Dämonen in Scharen über die Mauern klettern. Befehlt euren Männern, die Wehrwelle zu verstärken. Ich werde dafür sorgen, dass die Katapulte hochgezogen sind. Ja, das machen wir auch. Aber zuvor gehe ich nochmal kurz... Ich kehre in die Stadt zurück. Genau. Mal kurz da ein bisschen was erledigen. Und dann geht es weiter. Oh. Ich kann die brennenden Signalfeuer auf der ganzen Bastion und auf dem Schlachtfeld leuchten sehen. Die Verteidiger sammeln sich um die Feuer. Der Wehrwall ist zwar gesichert, aber noch haben wir nicht gesiegt. Wir haben uns nur Zeit erkauft. Wir brauchen die Katapulte. Aber mit den Dämonen auf dem Wall ist es den Truppen nicht möglich, sie hochzuziehen. Dann werde ich die Dämonen beseitigen und wenn nötig selbst die Katapulte hochziehen. Na ja, auf jeden Fall werde ich alles in meiner Machtstehende tun. Es wird schwierig sein, Asmodans Vorstoß aufzuhalten, ohne die Katapulte zum Einsatz zu bringen. Die Anzahl der Dämonen ist zu groß. Mit der Zeit werden sie uns überrennen. Wenn es uns aber gelingt, die Katapulte einzusetzen, wird unsere überlegene Position den entscheidenden Unterschied machen. Okay. Hat noch jemand was zu berichten? Hier nichts, okay. Die Hälfte der Waffen auf diesem Haufen ist verrostet. Was hat der Quartiermeister bloß die ganze Zeit über gemacht? Tagelang an unserer Seite gekämpft, du Narren. Das ist ein Argument, würde ich sagen. Wenn die Katapulte bereit gewesen wären, dann hätten wir uns. So. Hat denn noch irgendjemand was zu melden? Oh, der Habgiergeschenk mal wieder. Hängt ihr wieder euren Erinnerungen ab? Oh, ja, ja, ja. Kennen wir. Moment. Oh, nein, nein, nein. Ja, ja, komm, hier. Das Neue will ich reden. Erzählt noch eine Geschichte aus eurer Vergangenheit. Vor langer Zeit beschloss ich einmal, über die gefrorene See zu schwimmen. Ich hatte gehört, dass wunderschöne Frauen in ihren Tiefen leben würden und ich hatte vor, ihre Bekanntschaft zu machen. Traurigerweise habe ich sie niemals gefunden und ich wäre fast ertrunken, wenn mich nicht ein Schiff voller Perlentaucherinnen gerettet hätte. Sie erlaubten mir, einige Zeit als Koch bei ihnen anzuheuern und lehrten mich ihre Arbeitstechniken. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass ihr schneller schwimmen könnt, wenn ihr alle Kleidung ablegt? Das war eine Information, die ich nicht unbedingt wissen wollte. Danke. Oh, Tyrael. Hallo, nein, Tyrael, rede mit mir. Ich muss zurückkehren. So viel Zeit muss sein, ihr hattet noch etwas höchst Wichtiges zu erzählen, das weiß ich. Ah, wieder einmal erfüllt mich der Rausch des Kampfes. Es ist zu lange her, dass ich meine Klinge gegen die Mächte der brennenden Höllen erhoben habe. Ich erinnere mich an zahllose Schlachten im Herzen der Ebenen des Wahnsinns, als meine Brüder und ich alles aufs Spiel setzten, um die Dämonenbrut zurück in ihre Höllen zu treiben. Die Schlachten müssen beeindruckend gewesen sein. Das waren sie, glorreich und grauenvoll. Wir führen unseren ewigen Konflikt, seitdem das erste Licht auf die Schöpfung fiel. Aber jetzt fühlt es sich auch zum ersten Mal so an, als sei ein Ende in Sicht. Na, das klingt doch gut. So, ihr habt nichts Neues. Hat in Lea inzwischen was Neues? Oh, und Adria sogar. Eure Tochter leidet. Es muss schwierig mit anzusehen sein. Jeder Mensch leidet. Aber für etwas zu leiden, das größer ist als man selbst, das zeichnet einen wahren Helden aus. Meine Tochter ist alles, was ich mir je von ihr erhoffte. Ah ja, das klingt ja sehr teilnahmsvoll. Ich bin froh, dass dies fast vollendet ist. Ich glaube, mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Haltet durch, Lea. Denkt an eure Hoffnungen für die Zukunft. An euer Gasthaus vielleicht. Nein, ihr hattet recht. Es ist nirgends sicher. Für niemanden. Schaut euch doch um. Wenn diese Festung uns nicht zu schützen vermag, was könnte dann ein dummes, kleines Gasthaus schon ausrichten? Ja, ich mein, ne? Cain wäre stolz, Lea. Haltet nur ein wenig länger durch und denkt an eure Träume. An das Gasthaus, das ihr bauen könnt, wenn all das vorüber ist. Die dämonische Raserei nimmt erneut zu. Aber ich kann es schaffen. Ich weiß, dass ich es kann. Dank euch. Immer gerne, meine Kleine. Was soll das? Dies sind schwere Zeiten. Wenn meine Mutter nicht zu mir halten würde, wüsste ich nicht, was ich machen sollte. Sie achtet sogar jede Nacht ein paar Stunden lang auf den Stein, damit ich schlafen kann. Manchmal träume ich, dass ich wieder mit Onkel Deckard in Neu-Tristram bin. Es fällt mir schwer, dann wieder aufzuwachen. Wir können die Flut der Dämonen aufhalten, wenn wir uns beeilen. Die Arme, kleine Lea. Beide ist es vorüber und dann kann sie ihr Gasthaus endlich eröffnen. Dafür müssen wir die Höllen jetzt vernichten. Die Höllen, gut meine ich, ist die Hölle selbst. Wohl. Unsere Macht könnten wir wahrscheinlich sogar das hinkriegen. Aber mal schauen, ob wir das müssen. Erstmal müssen wir drei Katapulte hochziehen. Den Stein. Den Himmeln sei Dank, dass ihr hier seid. Bis auf vier Mann sind alle tot. Wir brauchen dringend Verstärkung. Das Problem ist, dass der Aufzug angehalten hat. Durch den ganzen Dreck da unten können wir nicht erkennen, was schiefgelaufen ist. Das hört sich verdächtig an. Oh, was jetzt? Es kommen mehr Monster herauf, Hauptmann. Was sollen wir tun? Der Freitag, wenn man euch sagen muss, welches Ende des Schwertes wohin gehört, dann habt ihr wohl nicht aufgepasst. Kämpft bis zum letzten Atemzug, Männer! Genau. Kämpft. Ach, schön, bis hier unten da kämpfen. Ist echt schön gemacht, alles. Der Aufzug bewegt sich wieder. Haltet aus, Jungs. Verstärkung ist unterwegs. Dämonen. Macht euch bereit, Männer. Noch nicht. Der Boss, egal fürs, wird aufgerichtet. Sieg! Ein weiterer Boss auf unserer Todesliste. Ja, ein weiterer Dämonen weniger. Wir werden sie alle, wenn nicht jeder Einzelne, der sich uns in den Weg stellt. Keiner wird mehr überleben. Ohne eure Hilfe wären wir gefallen. Es war uns eine Ehre, an eurer Seite kämpfen zu dürfen. Ich bin nur froh, dass wir es rechtzeitig hierher geschafft haben. Bin ich auch froh, meine Kleine. Bin ich auch froh. Wieghar. Wieghar. Der Narr, der meinen Bruder Belial getötet hat, versucht nun, den Soldaten der belagerten Bastion beizustehen. Bei ihm ist ein Mädchen, das unser aller Untergang sein könnte. Doch ich bin nicht Belial. Er war schwach und verbarg sich hinter seinen Illusionen, die ihn natürlich nichts genutzt haben. Wir werden unseren Sieg durch Blut vergießen, allein. Sie kommen zurück. Macht euch bereit. Er kriegt immer ne Gänsehaut, wenn Asmodan redet. Er hat so eine Hammer, geil gemachte Stimme. Einfach nur Gänsehaut pur. So, wir werden hier alle Dämonen vernichten. Gesamte Dämonenbrot wird hier aus Steinfurt, also gesamten Bastion, weg. Die Geringe retten werden. Noch nicht bereit. Die Anwesenheit der Dämonen verstärkt sich. Ich kann sie überall sehen. Sie sind wütend. Lea schien so erschöpft. Ich hoffe, sie hält durch. Wir werden sie bald besuchen. Wir haben sie gerade besucht. Ich hoffe wirklich. Tut mir leid, mein Bester. Aber ich hoffe echt, dass der durchhält. Nur Geduld. Rettet euch selbst. Ich wünschte, wir hätten euch helfen können. Das ist ja ihr Gasthaus noch. Tja. Bau. Benutzt. Noch nicht bereit. Oh, ich guck nochmal hier schnell, ne? Auf, auf. Oh, okay. Dann halt nicht. Ah, ist das heiß? Noch nicht. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Nein. Ich werde alle Dämonen, die das versuchen, vernichten. Jeden Einzelnen. Keiner wird mich je überleben. Niemand hat Chancen gegen mich. Ah, sind ja die Nächsten. Die vernichtet wurden. Einfach so. Ja, tschüss. Kommt wieder raus. Nur Geduld. Wir werden alle sterben. Geduld ist gerade etwas schwierig. Bei den ganzen Gehkern. Hilfe. Das geht nicht ab. Das Gebiet ist doch sehr groß. Aber. Wir werden es trotzdem schon. Da sind auch die Katapulte endlich in Sicht. Noch nicht bereit. Aber erstmal bin ich seit dem Mischer Höllenbringer zurück zur Hölle gebracht. Aua. Aua. Okay. Stürzer da. Noch nicht. Doch, jetzt. Ja. Zieht. Oh, jetzt. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Oh, wieder so. Wetter. Okay. Ja. Hallo, Saal. Ich muss schon wieder fast ein Level haben, aber hier ist Fertifel, äh, Borovs. Ihr müsst derjenige sein, der die Notfeuer angezündet hat. Helft mir, die Rekruten zu befreien, damit sie die Katapulte hochziehen können. Hier drüben. Okay. Alles klar. Kommen wir mit uns. Katapulte höher. Okay. Na dann. Komm mal her. Ich werde mich in meiner Armee drum kümmern, den ganzen Dämonen auszuschalten. Ihr werdet schön hochziehen. Das Katapult. Habt ihr keine Lust mehr? Keine Dämonen mehr? Na dann. Können wir gut warten, bis es oben ist, das Katapult. Hey. Die haben euch keinen Bock mehr. Ach, jetzt kommen wieder neue. Wollte ich sagen. Ihr seid so langsam. Zieht das Katapult schneller hoch. Ach, ja. Gut. Die Feuer sind angezündet. Die Katapulte schießen auf das Schlachtfeld. Vielleicht lässt sich die Bastion ja doch halten. Ihr habt uns Hoffnung gegeben. Danke. Immer gerne. Leichter kommt per Post. Wow. Wollte ich eigentlich noch langlaufen, aber nur gut. Ja, tschüss. Ich hoffe, den hatten wir nicht mehr gebraucht. Und da sind wir auch schon wieder fast Level ab. Noch nicht bereit. Kommt. Noch nicht. Wow. Der stirb halt. So, wo ist jetzt der Tybee hier? Tja. Mögen ihre Leichen auf ewig hier verrotten. Genau. Meine Süße. So, hier war nochmal ein Weg, den ich ablaufen wollte. Okay, das hat's gebracht. Oh, guck mal, diesen Riesen da unten. Oha. Ich hoffe, dass wir nicht gegen den auch noch kämpfen müssen. Ich glaube, das könnte schmerzhaft für uns enden, oder? Ich weiß noch nicht. Tschüss. Und steht eine große Herausforderung bevor. Gräuel. Zahra. Äh. Zahnmacher. Zahnmalmer. So. Jetzt tschüss. Nur Geduld. Genau. So. Der Zahnmalmer wurde es ja meint. Natürlich. Ja. So, wir gucken hier oben nochmal. Und geh wieder runter. Na, dann. So. Noch nicht. Ich liebe es. Ich liebe es auch. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Dann steht. Ich liebe es. сто hören. Ich liebe es. Ich liebe es. ... ... ... ... ... ... ... ...